. Spears-Familie-Reunion, Yami, Britney und Brünn mit ihren Kids Was für ein Familienporträt! Am 11. April hat die Blitzlicht-Familie Spears ein neues Mitglied bekommen, Schauspielerin Yami Lün, 27. brachte ihr erstes Kind mit Ehemann Yami Watson zur Welt. Neben der Kleinen hat die Blondine noch ein Kind aus einer früheren Beziehung, ihre Tochter Madi, 9. Den beiden Mädels wird so schnell vermutlich nicht langweilig werden mit so vielen Spears-Kids können sie herumtollen. Auf ihrem Instagram-Akku und Postet Lün einen Schnappschuss mit extra vielen Augenpaaren, darauf macht sie es sich nicht nur mit Schwester Britney, 36, und ihrem Bruder auf der Kuch gemütlich zwischen ihnen nehmen auch ihre Kids Platz. . Zu sehen sind Britneys jüngerer Sohn Jauden, 11, auf dessen Schoß seine Cousine, Bruans Tochter Sophia, sitzt. . Daneben kuscheln Lün-Skills miteinander. . Auch Britneys älterer Sohnemann strahlt wie der Rest der Rassebande. . Wer von so viel Kindersegen noch immer nicht genug hat, dürfte auf dem Akku und der zu 101-Darstellerin viel Freude haben. . Die Zweifach-Mama lässt ihre Follower nur allzu gerne an ihrem Alltagswahnsinn teilhaben. . . . .